Ich freue mich wirklich extrem, dass ich hier sein kann. Marcel ist technisch stark, er hat eine super Mentalität, er ist ein Führungsspieler. Es tut gut und fühlt sich gut an. Ich bin echt froh, hier zu sein. Ich habe als kleines Kind immer im Bayern-Trikot rumgelaufen und zu Weihnachten immer wieder neue bekommen. Deshalb ist es für mich ein extrem besonderer Tag. Ich will so schnell wie möglich in die Mannschaft kommen, mit den Jungs, die kennenlernen, Vollgas auf den Platz geben und dann so schnell wie möglich Spiele gewinnen und Titel gewinnen. Packen wir's! Packen wir's! P Ich freue mich sehr, dass er da ist, dass er jetzt hier seinen Weg weitergehen kann und diese Mentalität, diese Qualität, die er in den letzten Jahren in der Bundesliga auf den Platz gebracht hat, auch bei uns zeigen soll. Ich glaube, dass er unbedingt auch zum FC Bayern wollte und wir den auch unbedingt haben wollten. Unser Trainer und in seinem Trainerteam kennen ihn natürlich einige Jahre und haben sehr erfolgreich mit ihm zusammengearbeitet. Und deswegen haben wir uns dafür eingesetzt, dass er auch hierher kommt. Marcel ist technisch stark, er hat eine super Mentalität, er ist ein Führungsspieler, Kapitän vom RB Leipzig gewesen. Und wir sind sehr froh, dass er hier ist, dass er unserer Mannschaft auf unserem Weg helfen kann.